Nein, Süßen. Ich habe letztens ein bisschen Pantheon gespielt. Also ich habe ein bisschen viel Pantheon gespielt. Ich habe wirklich sehr viel Pantheon gespielt. Darunter waren Games, die Hater vielleicht als Int bezeichnen würden. Aber auch Games, die genau das Gegenteil davon waren. Und viele von euch wissen wahrscheinlich, dass Pantheon im Late Game sehr stark abnimmt. Aber nicht mit meinem Item-Bild. Denn mit meinem Item-Bild ist Pantheon im Late Game der stärkste Champion im Spiel. Wie das funktioniert, seht ihr ungefähr in diesem Game. Ich wollte jetzt nicht irgendwie einfach einen Stomp nehmen, weil das ist langweilig anzuschauen. Deswegen habe ich ein lustiges genommen. Aber probiert es trotzdem gerne aus und viel Spaß mit dem Video. Das gleiche da. Soll ich das erste Bild sagen? Nein, danke. Warum? Trustest du mir nicht? Ich truste dir auf keiner Ebene. Oh mein Gott! Eigentlich will ich gegen die wirklich die Crown gehen. Nee, mhm. Und dem... Nee, freut, Alter. Jetzt sei mal nicht so ein... ...Tryhard im Normal Game. Ich möchte einfach Spaß im Spiel, aber die von Evelyn humanetet werden. Ja, der Jungle Clear im Pantheon ist übel slow. Oh shit, ich sterb. Was ist das für ein Jungle Clear mit Pantheon? Also, ich sag's nur. Schlecht. Mit Bart gehe ich full life aus dem Clear. Kannst du noch Turn auf den Nasus? Ja. Kann ich dich abbrechen? Ich hab keinen Schaden gemacht, tut mir leid. Also nochmal nicht rennen noch. Ich kann gleich einen Flash weh machen. Pff. Ich mach schnell Level 6. Oh, oh hier. Hab ich, hab ich, hab ich. Ich spring. Ja gut. Achso, sie hat meinen Stun geblockt. Ich möchte dich hier nicht verurteilen. Aber wenn du nach da gelaufen wärst statt nach da, dann hätte das besser funktioniert. Willst du mich erst ulten und dann springe ich und dann gucken wir, ob das vom Timing passt? Können wir machen. Nice. Okay. Okay, lass ausprobieren, ja? Ich ulte einfach mal auf die... Ich ulte? Du musst auch. Fresst meinen Shen! Nein! Gib ihm! Ja! Gott! Fass! Queue mich nicht! Scheiße. Die sind beim Dragon. Schnell. Irgendwie nur zu spät. Ulte Dragon. Okay. Perfekt. Ich hab keinen... Oh, ich hab gar nichts ab. Naja. Uff. Nein! Wo Team? Also ich kann noch runterrennen, ich hab aber nichts ab. Ich kann noch Kusaka. Nicht hucken lassen. Lass mir nicht zu. Nicht hucken lassen. Zack. Oh Mann. Der Dragon. Drei Sekunden. Drei Sekunden. Oh, du bist so geil, Void. Holy shit. Ich pique mein Blues ab. Oh ja. Ich flash über die Wand, ja? Ja. Vielleicht. Nichts, hä? Lohmann, hast du... Nein, hast du nicht. Ne, ne. Minute. Keine Sorge, oben sind nur noch viel Merk. Kuslaut nicht. Nein, bitte tun sie mir nix. Au. Au. Wie. Oh, guck mal hier. Äh, ja. Hast du, ne? Der ist ziemlich squishy. Der hier auch. Ja, was machen, was machen wir da? Was machen wir da? Also ich hab mich für die Sterbenoptionen entschieden. Ich hab ja noch dicke Boots. Oh, nochmal 1000 Gold. Ich bin so rich, ey. Ich spring auf den AD Carry. Was ist da los? Unser Team hat nen Gegner. Ey, er hat nen Peel. Unser Team hat nen Gegner. Ja, das ist auch. Oh, der ist auch godlike. Oh, objective bound. Da war ein unsichtbarer Schneeball. Stil, 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 Stil. Ah, schade. Oh, Lohmann. Oh, Lohmann, ich hab Ulti. Weiß nicht, ob ich mich da so sehe. Lohmann, ich bin noch nicht ganz in Range. Lohmann, ich bin in Range. Oh nein, Hilfe, 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 Hilfe. Da ist so ein... Nein, ich hab versucht es dann. Mann, mein Gott klaut mir alle, richtig? Am ersten Biller, mein Gott klaut mir alles. Mann, dieses schöne Item. Das war auch sein erster Kill. Freut mich, dass ihr jetzt alle wieder Gold wert seid. Oh, ist das tot? Schnell, schnell, schnell. Hol den Ezreal. Keine Ahnung, ob ich auf Ezreal kommt. Zwei Sekunden hatte ich auf dem E. Und dann hab ich den Q auch noch auf dem falschen gemacht. Wir haben noch ne Shen-Ult. Wir haben noch ne Shen-Ult. Also, hätt' dich oder mich retten können. Für schwere Zeiten. Ich oder mich, da hätt' mich retten können. Botline Nasus. Wir könnten bitte schnell den Fight machen. Oh Gott. Oh Leute, der hook hittet. Oh shit. Das ist gut, jetzt holt ihr den noch. Äh, lol. Kein Schaden. Ich würde einfach reinhulgen. Oh shit. Ich hab dir bisschen geguckt. Oh. Oh, war mir das lockt. Okay, das muss ich. Ey, ey, ey. Alles geblockt. Stand out. Okay, nice. Mach das doch. What now? Ich werde helfen sie mir. Ich bin in Gefahr. Shit. Shit. Oh Gott, der Snap. Ja. Das war so unglaublich. Da, 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 da. Hier, hier, hier. Oh ja. Alter, ich one-shotte die so weg, ne? Nein, nein. Er hat geflasht. Er hat geflasht. Und ich hab hier gegen die Wand gefettet. Wuaah. Hä? Krasser Minimblock übrigens. Was war das? Was war das für ein Schaden? Das ist mein Pantheon. Bild ist geil, oder? Ja, der heilt sich halt doll hoch. Er Pantheon, äh, ne. Ich bin Pantheon. Ich hab hier schon heute auf mir aufgefeiert. Alter, ich vernichte den Nasus. Wildes CP. Absolut wild. Du bist ein Chin. Äh, Gin. Du bist Chen. Da war... Da war er aber noch. Das erinnert mich wieder an damals, als du über den Dragonpit geflasht bist. Das ist wirklich nur immer noch irgendwas. Piano. Verdammt. Hat nicht gereicht. Das wird jetzt wild. Ja, wir haben drei Lanes. Ich hab einen gewonnen, hättet. Good job, Kozake. Schade. Zwei für zwei. Alles gut, zwei für zwei. Ich glaube, ihr braucht mich dafür. Nein, auf Dauer kriegen wir ihn runter. Ja, aber auf Dauer könnt ihr das nicht alle tanken. Ja, wir müssen ja nicht tanken. Wir müssen ja nur kalt... Sterb nicht, sterb nicht. Ich hab gerade gesagt, ihr sollt nicht sterben. Ich bin so nervös, dass der Baron immer noch nicht tot ist. Was soll das? Ah, keine Sorgen. Ich hab geguckt. Oh Mann, no. Ist es dead. Ach, nö. Ich hab geändert. Ja, war ein gutes Game. Ach, wir haben das. Und wenn du erstmal ein Item Build hättest, wollt, ne? Jeder Squishy wäre One-Hit. Was hat mich denn gerade so... Hallo? Äh, Nasus hat W gedrückt. Das hat er... Das hat er besser gespielt dazu. Nein, 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 nein. Davor schon. Ja, es war wahrscheinlich auch noch ein W von Nasus, weil er hat auch keinen Cooldown. Achso, zwei Ws auf einmal. Ja, wahrscheinlich. Kann schon sein. Ja, 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 ja. Oh. Aber ein gutes Game. Hätte Void auf mein Item Build gehört, wär's nur Win geworden. Aber naja. Schauen wir mal auf den Damage. Mensch, Void. Das ist ja fast so, als hättest du echt wenig gehabt. Ja, trotzdem, nein. Das meint den meisten von uns. Ja, 12.000 hinter Pantheon. Das ist ja fast so, als hättest du echt gäst. Schön. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.